Ich bin Janek, ich spiele Rechtsverteidiger, bin 23 Jahre alt und bin vergeben. Ich bin Laurens, spiele im linken Mittelfeld, bin 25 Jahre alt und bin Single. Ich bin Iver, spiele auf der rechten Seite, offensichtlich von der Defensie, bin 27 und vergeben. Morgen gehts, 24, Mittelstürmer und vergeben. Hallo, ich bin der Tim, 24, Stürmer, ledig. Redig. Heute, verboten, 25, Defensives Mittelfeld und vergeben. Das war, 21 Jahre alt, linkes Mittelfeld und Single. Der Bergfeld, 26 Jahre, Innenverteidiger, Single. Hier, anfangschnitt. Ein Rund. Hoch! Hoch! Merk, 24, offensichtlich. Mittelfeld. Ich bin Jensel, 25, Angreifer und vergeben. Ich bin Anhas, 26, offensives Mittelfeld. Beziehungsstatus? Vergeben nicht. Ich bin Jensel, 28, kann jede offensiven Position spielen und bin vergeben. Moin, ich bin Marcel, 22 Jahre, spiele Mittelfeld mit Single. Nach vierten. Wo? 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 Hallo, ich bin Jonas, ich bin 29, spiele im Tor, kann allerdings auch mit der Stimme spielen und bin vergeben. Wenn ich, wenn ich weiß, ich bin 30, bis hin. Ich bin 30, bis hin zu wissen. Ich habe los, ich bin 50, im 30, bis hin. Nach der Stimme mit der Stimme. Nach dem Bienen zu machen, in der Stimme diese Zeit.